Appelshof, hier. Appelshof und dann lass uns auch mal links rein fahren. Wenn wir das hier drücken. Da kommt nur recht. Und dann ist es links. Appelhof, Appelshof, Landkreis. Vorm Kommennung. Das liegt bei drücken. Das ist alles im 1. Ja, 11. 2. 3. 2. 4. 2. 2. 3. 2. 2. 4. 2. 3. 4. 4. 5. 6. Was kommt da hinten denn auch? Werkverkehr. Ist da wohl auch nichts mehr. Kabelstapler am Vorrang. Privatgrundstück. Okay, da wollen wir das auch nicht sehen. Wie sehen wir jetzt mit Meidig? Wir drehen die um. Meingutschein dürfen wir ja wohl. Ist das? Das Appelshof. Was Kleines hier. Bleiben wir vor und zurück. Und da kann man eine Werbefläche bieten. Wenn wir Fahrrad machen wollen. Das ist heute schön. Wir haben heute in der Welt. Es wird größer als 20 Euro. Das ist heute. Das ist heute. Das ist heute schön. Ich werde auf den Abnissen schon mal sehen. Was sind wir? Ja. Es ist heute viel Powder. Ja. Nicht alle,veyden Sie mir grund. Bist ja wirklich Ci generator. Ja, okay, keine Auffälligkeiten. Alles gesund, das muss man hoffen. Hier hinten noch ein bisschen geiler, ich glaube. Ah, der wird noch mal beintragen können. Also, Industrie dahin. Und mal, und Tschüss.